Gärtner, Automatiker oder doch Seilbahnmechatroniker. Die Jugendlichen in der Schweiz haben mit 250 Lehrprüfen eine riesige Auswahl. Um herauszufinden, ob der Beruf und auch die Firma zu einem persönlichen passt, ist etwas zentral, nämlich das Schnuppern. Ein erfahrener Berufsbilder erzählt uns, wieso er den Jugendlichen jederzeit das Schnuppern bei sich im Betrieb anbietet. Ich bin Marc Putschert und das ist die 18. Folge von Inside Berufsbildung. Bei mir ist Raymond. Hoi Raymond, schön bist du da. Ja, grüß dich Marc. Schön bist du da. Wer bist du, Raymond? Was machst du in deinem Alltag? Ich bin Berufsbildner seit über 30 Jahren. Firma Reishauer, Polymechaniker. Das ist mein Ding, ja. Das heisst, du bist auch gelernter Polymechaniker. Genau, ich habe Maschinenmechaniker gelernt im 1981 und daraus ist dann auch der Polymechaniker entstanden. Schön, wir wollen Raymond heute über das Thema Schnuppern reden. Vielleicht zum Einstieg, es gibt ja verschiedene Arten von Schnuppern. Zum einen gibt es auch das Online-Schnuppern, über das reden wir heute weniger. Aber auch das ist wichtig, zum Beispiel gerade auf Justy, wo ja auch Reishauer aktiv ist, wo man sich als Jugendlicher vorinformieren kann. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das physische Schnuppern ist natürlich nicht ersetzbar. Da gibt es ja zwei Arten von Schnuppern. Es gibt ein sogenanntes Informations-Schnuppern, wo man sich auch mal gerade vor Ort über mehrere Tage, den Betrieb anschauen, den Beruf anschauen, ohne dass man sich auch direkt bewirbt. Und dann gibt es eben das Bewerbungsschnuppern, wo man sich konkret auf der Lehrstelle bewirbt und dann vielleicht noch einen Tag vorbeigeht, um auch herauszufinden, hey, passt denn das Team zusammen? Und wir wollen heute allgemein über Schnuppern reden, vor allem auch das Schnuppern, wo nicht nur direkt mit der Bewerbung zusammenhängt, also wenn man auch schon früher dran ist. Aber vielleicht mal allgemein, wie viele Schnuppern lernen hast du schon betreut, so über die ganzen Jahre in deiner Zeit? Pro Jahr sicher 36 Schnuppern lernen, 37 Schnuppern lernen und das schon über 33 Jahre. Oh, wenn man rechnet, oder? Es ist etwa 900 Schnuppern lernen, 1000 Schnuppern lernen. Was macht dir den meisten Spass? Die Interaktion miteinander, der Dialog. Wo ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit im Sinne von, was versteht sie nicht, warum versteht sie es nicht oder warum versteht er es nicht? Das finde ich so interessant. Wir kommen nachher gleich auch neuer auf den Prozess jetzt bei dir im Betrieb. Ich möchte zuerst noch schnell ein paar Zahlen nennen. Wir haben zwei Umfragen gemacht, eine mit Schülern und eine mit Lehrbetrieb zum Thema Schnuppern. Wir haben über 900 Schüler befrügt und drei Viertel von allen Jugendlichen haben gesagt, dass sie mindestens einmal Informationen schnuppern gehen. Das heisst schon bevor sie sich effektiv dann bewerben, einfach mal irgendwo schauen. Das war jetzt im 23. Jahrhundert und die Nachfrage ist gestiegen, also rund 10% mehr als letztes Jahr. Wenn wir jetzt von 90'000 Jugendlichen ausgehen, sind es 9'000 mehr, die sagen, ich gehe mindestens schon vorher einmal schnuppern. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen gehen auch über mehrere Berufe reinschauen, was ja sicher auch spannend ist. Bei den Firmen sieht es so aus. Wir haben dort knapp 500 Lehrbetriebe gefragt. Und drei Viertel sagen auch, sie bieten eigentlich schnuppern jederzeit an. Aber doch ein Viertel, die sagt, hey nein, also jede vierte Firma, die sagt, sie bieten schnuppern nur im Zusammenhang mit einer Lehrstelle an, effektiv. Und ja, was man festhalten kann, eigentlich die Nachfrage bei den Jugendlichen steigt, dass sie auch früher schnuppern wollen, dass sie neugierig sind, Interesse haben da verschiedene Berufe. Aber das Angebot stagniert so ein bisschen bei den Firmen. Da haben wir sicher ein Potenzial. Aber ja, wie macht ihr das bei euch? Oder wie bietest du das an? Ich habe das Gefühl, bei uns ist das so eine hybride Form. Ich meine, jedes Schnuppern ist irgendwie ein Informationsschnuppern. Da habe ich so den Eindruck, wenn ich jetzt so aus der Schüler-Sicht komme. Bei uns läuft es also so, wenn sich jemand bewirbt über Justi für Polymechaniker, dann ist er einfach eingeladen zu einem ersten Gespräch. Und bei dem ersten Gespräch schauen wir Lebenslauf an, ein paar Zeugnisse an, schwätzen über Hobbys, was kannst du mir noch erzählen? Und einen zweiten Teil gibt es einen fachlichen Teil. Wir schauen Diversalzeichnungen an, wir schauen den Hammerkopf an, den wir machen in der Schnuppern leer. Wir schwätzen darüber. Und ich sage ihm dann, schau, in einer Woche kommst du einen Kahoot-Test rüber. 36 Fragen. Und über diese Fragen sprechen wir jetzt ein bisschen. Du musst sie nicht jetzt wissen, aber du recherchieren. Dann gibt es nach dieser Woche den Kahoot-Test und der kommt dann wieder zu mir und ich sehe, wie gut er das gemacht hat. Wichtig ist mir dann einfach, hat er sich interessiert, hat er etwas gemacht, hat er recherchiert, hat er was für eine Eigenleistung er gebracht. Das ist völlig abgespalten vom Zeugnis. Also auch wenn das Zeugnis nicht so super aussieht, jeder hat die Chance, zu einem Gespräch hinzusetzen, miteinander reden, die Chance, dann zu recherchieren, den Lehrer fragen, Internet fragen und dann den Test zu machen. Und wenn der dementsprechend rauskommt, dann machen wir ein Schnuppern leer. Aber die Eigenleistung wird dich spüren. Wir kommen nachher noch zu diesem Punkt. Ich möchte aber noch einmal kurz am Anfang anknüpfen. Du hast jetzt gesagt, es kommt eine Bewerbung über Justine und du sagst dann, der Jugendliche kommt zum Gespräch. Ist das egal, ob jetzt der Jugendliche sagt, das ist in der ersten Oberstufe, in der zweiten, der wird einfach mal zum Gespräch eingeladen? Ja, genau. Da gibt es heute, die sind sehr früh und gibt es heute, die kommen ein Jahr später. Also jetzt für 2024, 2028, für die Lehrzeit, 2024 bis 2028, habe ich schon im letzten September ein Gespräch gehabt. Da ist einer einfach so früh gewesen und ja, wieso nicht? Ja, wieso? Also wieso sagst du, ich sage jetzt 2028, das sind ja noch einige Jahre und der Jugendliche entwickelt sich vielleicht auch noch und hat vielleicht auch noch null Plan besetzt. was es überhaupt für Berufe gibt. Und da sagst du, ihr habt ja zum Beispiel Polymechaniker, Automatiker. Da sagst du, hey, kommst einfach mal schauen. Wir machen genau den Ablauf, eigene Gespräche, der Akkohutest und, und, und. Der hat den super gemacht und der ist jetzt schnuppern gekommen und hat dann nachher müssen sagen, ja, es ist jetzt nicht genau das, was ich suche. Aber wir hatten total gute Zeit miteinander. Und warum? Das hilft ihm ja auch für die ganze Berufswahl, die Erfahrung, die er macht mit dem Gespräch, erstens mal. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, wieso schreibst du nichts auf von dem Gespräch? Er sagt, ich habe alles im Kopf. Und schlussendlich hat er wirklich viel im Kopf gehabt, ja. Aber das sind alles so Sachen, die Interaktionen miteinander. Da lernen wir einfach voneinander, aha, so geht das. Ich sollte noch etwas aufschreiben oder das und das muss ich wissen. Aha, das muss ich ausrechnen. Darum habe ich in der Schule vielleicht eben auch genau das und das Thema müssen. Ach, in der ersten oder zweiten Oberstufe. Geometrie, Radius, Durchmesser, aha, jetzt kommt das. Also Interaktionen, die bringen ihm dann etwas und mir ja auch. Ich merke, wie er reagiert und was möglich ist. Also du würdest sagen, euch als Firma bringt es genauso viel. Es kann ja eben durchaus auch sein, dass ihr dann merkt, das passt nicht zu mir. Absolut. Aber du würdest sagen, auch du hast etwas gelernt oder vor allem auch die Firma. Du hast mir ja, wir sind heute Morgen durch den Betrieb gelaufen. Das ist mega eindrücklich gewesen für mich. Du hast mir gesagt, von 600 Mitarbeitern sind rund 10% Lernende. Ist das denn auch so ein Erfolgsrezept, dass du einfach wirklich sagst, hey, wir wollen lernen, wir laden jeden ein, wir sind nahe und wir sind einfach aktiv immer? Die 10% ist, wir haben ca. 60 Lernende, wir haben ca. 600 Mitarbeiter und wenn man es aber nachher anschaut, wie viel das jetzt im Betrieb noch arbeitet, wo wir da eine Lehre gemacht haben, dann sind wir auch wieder bei den etwa 10-13%. Eben genau, du taugst wie auch weiter, auch nach der Lehre weiter anstellen, aber es fährt eigentlich schon ganz, ganz früh an. Also nur wenn man sage, ich die Verknüpfung auch macht als Betrieb. Jetzt, ihr seid natürlich eben auch ein mega... Moment. Bobby, Moment, ich muss etwas korrigieren, das stimmt nicht. Es sind circa, es sind mehr. Wir haben etwa 100-120 ehemalige Lernende bei uns. und das stimmt nicht. Das ist natürlich ein höherer Prozentsatz. Oder 600 und 120? Also, wo jetzt fest angestellt sind, wo einmal eine Lehre gemacht haben. das ist auch... Das wäre 20%. Ja, ja, das ist ein mega Wert, oder? Genau. Ihr habt natürlich auch eine Betriebsgrösse, eine grosse Geschichte, eine erfolgreiche Geschichte. Kannst du es auch nachvollziehen, dass, ich sage, jetzt auch kleinere Betriebe, also mit kleineren, sage ich jetzt auch vielleicht 30 Personen, ähm, da gibt es ja viele Argumente, wo man kann sagen, hey, ich weiss nicht, wir haben keine Zeit, Daily Business, wir haben vielleicht Sicherheitsstandards nicht, wir haben keine Kapazität, oder wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt die Lehreste besetzen, ich kann jetzt nicht einem siebten Klässler noch da drei Tage ermöglichen, kannst du das auch nachvollziehen? Ich habe einfach das Gefühl, an einer Firma tut es nicht gut, wenn sie nicht Jugendliche naheziehen, wenn sie ihr Wissen nicht weitergibt, wenn es nicht so einen Durchfluss gibt in der Firma, von jung zu alt, wenn das Wissen nicht fliesst, der Wissenstransfer, das tut an einer Firma nicht gut. Wie wunderschön ist es, wenn ein Elterer etwas jünger mir etwas zeigen kann und der dann immer besser wird und immer besser wird und immer besser wird. Was ist das für ein schönes Gefühl? Es ist wie der Frühling. Und wenn eine Firma das nicht macht, dann haben sie einfach wie das Prosperieren viel weniger, das Frühlingshaften, das Auferwecken, das Auferstehen irgendwie, das fehlt in einer Firma. Aber ist es dann wie die Challenge in dem Moment, auch sage ich jetzt Big Picture gesehen sozusagen, weil man vielleicht in dem Moment ich sage nochmal, ich habe einen Siebtklässler bei mir im Betrieb, ich bin vielleicht am Mitarbeiter rekrutieren, wir sind überlastet mit Arbeit und alles drum und dran. Also wir haben eigentlich genug Sachen vor der Nase, die wir heute und morgen gelöst haben sollten. Trotzdem das Prosperieren, was du gesagt hast, trotzdem müssen wir auch das weiterführen sozusagen. Das ist ja schon auch die Challenge, oder? Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn man Philosophen betrachtet, die sagen natürlich, die Welt geht vorwärts auf Kinderfüssen. Kinderfüssen, Jugendfüssen, der neue Geist, der neue Spirit, einem 15-Jährigen, 16-Jährigen, der das lehrt, der kommt, der gibt auch mir einen jugendlichen Geist. Und ich habe das Gefühl, klar, man könnte natürlich auch schon immer hinter dem verstecken, ich habe genug Bütz. Natürlich haben wir alle genug Bütz, absolut. Aber es ist auch unsere Aufgabe, uns freizuschufeln und zu sagen, nein, das machen wir jetzt. Wir investieren in das. Unsere Firma investiert in ihre 2-3 Millionen. Oder noch mehr. Pro Jahr. Für die Ausbildung. Das ist eine Investition. Es ist genau gleich, wenn ich sage, ich will Kinder haben. Das kostet mich in meinem Leben, weisst du, da gibt es eine Zahl von 200'000, 400'000, 1 Million, was auch immer. Es macht uns reicher. an Erfahrungen, an Glücksmomente, an Frustmomente, wo auch ich mich wieder anschauen muss und sagen, wenn der Lernende ist nicht immer alles gut und ich mache nicht immer alles richtig und die reflektieren mir natürlich. Aber das ist auch eine grosse Chance für mich. Also da ist dann Leben da. Und wenn man das nicht hat, hat man weniger Leben im Betrieb. Und du hast gesagt, Investition, das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte noch eine weitere Stimme reinbringen. Ich habe bewusst dann auch in einer anderen Branche angefragt, wie sie das machen mit dem Schnuppern. Ich habe mit Fabienne Woskretz, sie ist Koordinatorin Berufsbildung bei Domi Zilberner, das ist ein Alters- und Wohnheim. Sie haben Berufe wie VG, AGS oder auch Koch, Fachmann, Fachfrau, Hauswirtschaft. Genau, und ich möchte ihr mal zeigen, was sie gesagt hat, was sie gesagt hat, wo ich sie eben auch gefragt habe, was wir auch der Betrieb sagen müssen, die das eben noch nicht sehen, so wie jetzt du. Ich hilft ihnen ja auch später, dass sie passenden Lernenden finden. Die Lernenden müssen ja auch spüren, wie der Beruf ist und das können sie eigentlich nur so erfahren. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja auch ziemlich viel Lehrvertragsauflösung aufgrund von falschen Berufswahl und da könnte man ganz viel vermeiden, wenn man sich genug anzuschnappern lässt. Lehrvertragsauflösung ist ein riesiges Thema. Schweizweit haben wir im Durchschnitt 25% Auflösungen, also jede vierte Lehrstelle. Würdest du sagen, mehr schnappern gleich kann ein Weg sein, um auch mehr Lehrvertragsauflösungen zu verhindern? Insgesamt. Absolut. Absolut. Und mehr Commitment von den Prosbildnern, sicher mehr Hingehen von den Prosbildnern ist auch noch etwas, Beziehung, Beziehungsstärken untereinander, sich verbinden miteinander. Was du vielleicht noch gesagt hast, wenn es um die Hingabe geht, dass du auch von den Jugendlichen eine gewisse Hingabe erwartest, wenn man das so nennen kann. Du hast jetzt das Kahoot angesprochen, zum Beispiel. Das heisst, vielleicht im ersten Moment, du gibst eigentlich sehr viel, das heisst schon mal jedem, ich lasse dich zum Gespräch, egal wer du bist, in welcher Fase du dich befindest. Was erwartest du aber nachher vom Jugendlichen? Ich habe die Flamme zu spüren, so ein bisschen, es muss nicht gerade ein Flächenbrand sein, aber einfach ein bisschen das Feuer, ja, ich habe mich vorbereitet, ja, ich komme gerne. Das heisst, wenn ich jetzt das Gespräch bei dir habe und du spürst dann auch die Flamme, dann kannst du eigentlich wie direkt schnuppern, oder wie? dann gibt es den Kahoot-Test und wenn der Kahoot-Test back up geht und ich mich immer noch an das Gespräch erinnere, das ich mit dir das mich fasziniert hat, oder einfach, das ich nicht mehr fasziniert habe, das ich gut gefunden habe, dann kommst du gleich. Kannst du mir den Kahoot-Test erklären, wie du das machst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du musst dir vorstellen, du hast eine Zeichnung vor dir und dann hat es da so Bilder drauf und dann frage ich dich, schau jetzt, wie heisst die Ansicht oder wie heisst die Ansicht oder was bedeutet die gestrichelte Linie? Du musst es nicht gerade jetzt sagen, weil das wäre ja unmöglich, da wäre es grausam verblüffend, wenn du das schon jetzt wüsstest, aber du mal recherchieren. Oder da haben wir noch einen Wertstoff drauf auf der Zeichnung, du mal recherchieren. Oder du mal recherchieren, ist das Guseisen oder Stahleisen und mit dem tut er sich natürlich schon ein bisschen vertiefen mit dem Polymechanik, weil das sind alles Themen, die kommen in der Lehre, in der Berufsschule. Aber es geht weniger um das Wissen, das Wissen kann ja auch noch nie da sein in dem Moment, aber es geht um das Engagement, um das Interesse, oder? Ja, dass ich nachschauke, genau, ich gehe mit den Lehrern fragen, wer ist das Zeichnung? Mann, ich habe noch nie gehört, ist das ein Grundriss, ist es ein Aufriss, ist es ein, ein Draufsicht, oder wie heisst das genau? Das muss er gar noch nicht wissen, aber teilweise wissen sie es, aber es ist nicht eine Bedingung, aber frag doch nach. Du dich interessieren, frag nach, geh recherchieren, oder zum Beispiel auch Firma Reishauer. Was macht die Firma Reishauer? Die alte Zimmer? Oh, weiss es nicht. Dann muss ich auch sagen, hey, immer wenn du dich bewirbst bei einer Firma, dann erzählst du und sagst, ich bin jetzt mal da, wie der Lehrer hat es gesagt, so quasi, das sagen sie natürlich nicht, aber ich muss ja einfach. Und das merkt man natürlich, das ist eben ein bisschen das Engagement von innen aus. Natürlich, ich weiss, was Firma Reishauer macht, ich habe die Internetseite geschaut, hat mich fasziniert, und das und das verstehe ich nicht, und dann gibt es aber auch Jugendliche, die das vor sich haben und aufgeschrieben, das ist auch gut. Wenn ich das sage, dann auch, du kannst das ja auch aufschreiben. Dass ich jetzt weiss, das ist eine Zahnflankenschleifmaschine, so ein kompliziertes Wort, muss ich vielleicht schon ablesen. Wieso nicht aufschreiben? Ja, mache ich ja auch. Aber ich kann mich beschäftigen damit, ich war auf der Internetseite und ja, das will man einfach spüren, so ein bisschen das Engagement. Aber kann man sagen, du hast eigentlich, die Einstiegshürde ist eigentlich relativ gering, weil jeder kommt zum Gespräch, oder jede kommt zum Gespräch, aber nachher erwartest du einfach im nächsten Schritt ein gewisses Engagement und dann geht es zum Schnupperen sozusagen. Genau, genau. Bei dieser Umfrage, die ich am Anfang angesprochen habe, wo wir eben bei über 900 Schülern gemacht haben, in der Schweiz, haben uns die meisten auch gesagt, dass oftmals auch noch viel verlangt wird, in dem Moment, wo sie sich für Schnupper überhaupt bewerben müssen. Also wirklich noch eigentlich bewerben. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt die Hürden relativ tief und ich habe eben auch im Vorgespräch mit Fabian, den ich vorhin angesprochen habe, auch noch über das Thema geredet und sie hat da auch noch eine spannende Meinung gehabt, weil ich habe auch gesagt, die meisten mit Lebenslauf, Bewerbung, Schreiben, Zeugnis schicken, Schnupperberichte, das ist dann auch noch ein Thema. Da habe ich mir schon auch ein bisschen die Frage gestellt, ist das immer nötig? Und Fabian hat Folgendes gesagt, mit einem Lebenslauf, mit einem kleinen Motivationsschreiben, ist das wirklich jetzt noch nötig? Wir sollten eigentlich sehr schnell von allen das können, nur gelassen. Beim Schnupper kommt es ja wirklich noch nicht darauf an, was für Noten man hat. Eben gerade auch das Stichwort Noten, das hast du am Anfang gesagt, du hast jetzt den KAU-Test angesprochen. Das heisst, in der Phase, in der sich die Jugendlichen befinden, ist für dich dann auch viel wichtiger das Interesse oder mal ein bisschen zusammenhängen oder ein bisschen recherchieren, was heisst die Noten und was jetzt der Geschichte ist oder so von dir, das ist dir egal, oder? Fast, fast nicht ganz. Der Lebenslauf ist interessant, wenn er irgendwie schreibt, mein Grossvater hat schon mit mir gemächt, oder so. Das ist dann etwas Schönes zum Lesen. Das Wichtigste ist wirklich das Gespräch gegenüber. Wie ist er? Und dann schlussendlich, was für eine Hingabe hat er? Tut er recherchieren? Und dann halt Schnupperlehr. Also wie kommen wir miteinander, oder? Also ich mit dir, mag, könnte es jetzt gut, oder? Das funktioniert. Da ist etwas zwischen uns drin, das läuft. Und genau das merkt man dann auch in der Schnupperlehr. Läuft das? Oder harzt es? Und darum kann ich Lehrabbrüche, also wir haben praktisch keinen Lehrabbrüch, ich weiss auch nicht, zwei, drei Prozent. Zwischenmenschlichen, wie ich verstehe, was du so wertlässt, das macht dir einfach extrem sorgfältig in dem Moment. Ja, und ich glaube, es ist halt auch eine Beziehungsgeschichte. Das eine ist sicher der Beruf von Faszination und Technik, aber das andere ist auch eine Beziehungsgeschichte. Irgendwie. Wenn man es gut hat miteinander, Freude hat aneinander und auch andere Themen einen Platz haben, das ist auch ein ganz extrem wichtiger Pfeiler. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, wie du so ein Schnupper, also gerade wenn jetzt ein Jugendlicher zwei, drei Tage bei dir ist, wie kann ich mir das vorstellen? Also hat er ihn Empfang genommen, wie redest du mit ihm, was für Gespräche führst du und auch vor allem, was zeigst du ihm? Oder ich meine, wir sind da hingelaufen zu diesem Gespräch und haben schon so viele Räume und Halle und Maschinen gesehen. Also schon mega viel Eindrücke, oder? Also kannst du es mitnehmen auf so einen Tag oder auf so Tage, wo du das Schnuppern machst? Ping-Pong. Weisst du so, ich sage etwas und dann du sagst etwas, ich gebe dir eine Aufgabe, du bringst mir eine Antwort, ich sage dir, wie bist du jetzt auf das gekommen? Und so geht es während mindestens zwei, bis drei, bis vier, bis fünf Tage, je nachdem, bis du deine Arbeit fertig hast. Das Miteinander sozusagen einfach. Der Jugendliche ist auch nicht in deiner passiven Dinge, à la, ich schaue jetzt einen Tag zu. Nein, nein, das ist ein aktiver Prozess, aktiv. So wie du jetzt, du fragst mich, ich sage, du reagierst, ich reagiere. Das ist so richtig Ping-Pong. Und zwar nicht ein Lernender betreut ihn. Er geht mit dem Lernenden dann Mittagessen. Dann kann er sich dann austauschen, wenn er Lust hat. Aber ich betreue ihn während der ganzen Zeit. Das heisst, es gibt auch bei euch nicht irgendein Spezialprogramm, weil das ist etwas, was die Jugendlichen uns auch gesagt haben, wir gehen schnuppern, egal zu welchem Beruf. Wir wollen nicht irgendein Spezialprogramm. Wir wollen sehen, wie der Beruf ist. Wir wollen die Realität, wir wollen die Menschen, die Atmosphäre. Das ist so, ja. Nein, es ist in dem Sinne ein Spezialprogramm. Du kannst mit einem 15-Jährigen oder 14-Jährigen nicht an einer Maschine, die hohe Geschwindigkeiten fährt. Du darfst das auch aus rechtlicher Sicht gar nicht. Darum ist es natürlich, wir haben Handarbeit, wir haben eine Bohrmaschine, dort bohren und fräsen. Aber wir arbeiten nicht an einer gesteuerten Maschine. Von daher ist es schon einfach auf ihn zugeschnitten. Aber es ist genau der Ablauf, der Prozess, wie man miteinander arbeitet, ist genau wie der Lehrerin. Der Lehrerin geht es genau gleich. Das heisst, wenn er dann die Lehrerin startet, und du bist für das erste Lehrjahr zuständig für das Ausbilden, das knüpft dann eigentlich an seinen Schnuppertägen an, sozusagen. Das ist ja das Ping-Pong in der Lehrerin. Du bist immer miteinander im Dialog. Er macht etwas, ich frage etwas, komm, du das mal nachschauen, er bringt dir etwas. So wie ich dich einschätze, kannst du natürlich auch die Jugendlichen durch deine Erfahrungen und deine Art sehr gut behandeln. Aber ich glaube, das ist auch sehr entscheidend für den Jugendlichen, wie er den Beruf wahrnimmt, wie er die Firma wahrnimmt. Auch nochmals eine andere Branche reinbringen. Mir hat Fabienne von Domizil Bern auch noch etwas Spannendes gesagt, dass eben die Person, die das macht, und ich nehme an, du machst ja nicht alles alleine, das kannst du mir nachher gerade sagen, wer sonst noch immer wird. Aber das ist schon mega entscheidend, die Menschen. Es muss man natürlich sicherstellen, dass jemand da ist, der sich betreuen kann, der sich gut betreuen kann, vor allem. Und dass man die richtige Person herstellt, die das auch machen kann. Das muss jemand sein, der das gerne macht, mit lernender Zusammenarbeit. Das heisst, es gibt ja wahrscheinlich auch in vielen Betrieben, ich nehme an, auch bei euch gibt es viele Personen, die viel Fachwissen und Herzblut für den Beruf haben, aber vielleicht mit den Jugendlichen nicht umgehen können. Stellst du dir das auch sicher, dass die richtige Personen dann das schnuppern machen und wie machst du das? Ich kann das primär nur für mich entscheiden. Zuerst mal für mich, aber es ist halt einfach so, wie der Erasmus von Rotterdam gesagt hat, die Liebe zum Lernen beginnt mit der Liebe zum Lehrer. Also wenn du deine Vorgesetzten nicht sympathisch findest oder keine Verbindung hast, keine Beziehung, dann geht es nicht. Und das ist extrem schwierig, auch in unserem Betrieb. Ein grosses Thema, natürlich schaut man darauf, welche Praxisbilder könnte man nehmen für die Aufgabe. Das macht man, das muss man unbedingt. Aber ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Beziehung zu tun. Beziehung zueinander, die Liebe hat zueinander. und ich habe Freude an deinen Schritten, die du machst. Ich habe Freude an deinen Fehler, die du machst. Fehler, die sind wunderbar. Und ich denke, es ist auch ein Vorleben, oder was mir jetzt speziell aufgefallen, als wir hierhin gekommen sind, wir haben sehr viele Menschen, Mitarbeiter, Jung und Alt, gesehen, und es hat uns jeder, jede, einfach, heute gesagt, grüße, guten Morgen, Egal ob jetzt jemand im Hemd, wo aus dem Büro gekommen ist, oder jemand in der Werkstatt, also so, so diese Atmosphäre, ich glaube, das spürst du ja auch, oder? Und das hat ja auch alles so mit dem, das ist ja auch über Jahre in dem ich weitergeben wurde bei euch. Ja, das ist schon so, ja. Es ist auch ein bisschen Firmenkultur, man sagt einander, man hat Freude, wenn man dich daran sieht. Nicht, man sagt einander Grüezi, sondern ich habe einfach Freude, wenn ich dich sehe, dass du da bist. Würdest du sagen, das ist auch vielleicht, also zum Teil mindestens so ein wichtiger Faktor, wie gefällt mir der Beruf, oder? Weil ich gehe ja als Jugendlicher nicht bei 50 Prüfen schnuppern, in der Regel. Das heisst, ich kann nicht mal beurteilen, ob jetzt der Polymechaniker wirklich mir absolut besser gefällt, als ein anderer Beruf. Aber, wenn jetzt Team und auch du als Mensch, oder, das so matcht. Ja genau, das macht sehr viel aus, ja. Ich bin auch nicht ganz sicher, ich wäre nicht unbedingt Maschinenmechaniker geworden, aber ich will ehrlich sagen, meinen Lehrmeister, den habe ich lässig gefunden und mein Steiffvater war für mich und hat mir viel von dem erzählt. Und ich habe vieles vielleicht auch gemacht, wegen meinem Lehrmeister und wegen meinem Steiffvater und wegen meiner Mutter, habe mich aber wohlgefühlt in dem und bin dann reingewachsen und das Feuer ist einfach auch gekommen. Manchmal muss nicht das Feuer gerade von Anfang an da sein, sondern es kann immer immer wieder, es kann immer mehr kommen, immer mehr kommen, immer mehr kommen. Es hat einfach auch damit zu tun mit dem guten Umfeld, mit Personen, die dich begleiten, die dir etwas vorleben, die dich vielleicht auch faszinieren, wie die das machen, wie genau, dass sie das machen oder wie gut, dass das dir fehlen kann. Das hat einen ganz grossen Einfluss. Kannst du vielleicht noch schnell, jetzt haben wir ein bisschen geredet, wie das Schnuppern selber ist, was wichtig ist, auch das Zwischenmenschliche. Wie geht es nachher weiter? Du kannst ja nicht alle, die schnuppern, auch sagen, hey, du kommst an den Lehrstunden bei uns über heute oder in zwei Jahren. Gehst du nachher mit den Jugendlichen um? Oder ich denke, jeder, der da war, ist auch wichtig für ihn, für die Jugendlichen, aber auch für euch. Wie geht es weiter? Viele kontaktieren und schreiben ein Mail und sagen, du, wo stehst du in deinem Prozess in der Berufswahl? Was hast du schon gemacht? Manchmal gibt es auch ein Gespräch, dass sie nochmal retourkommen und wir an den Tisch sitzen und haben mir erzählt, wie es so läuft. Ja, nicht ganz so einfach löschen und fettig, sondern wenn du schon ein Mail schreibst, das kann man ja sehr gut dabei auszumachen. Einmal nachfragen und sagen, wie sieht es aus? Eine Erfahrung, egal ob das Gespräch oder das Schnuppertag selber oder einfach Jugendliche als Menschen, wo du sagst, hey, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben oder das motiviert mich auch bis heute, das Schnuppert anzubieten, auch wenn nicht innerhalb von kurzer Zeit gerade siehst, dass jetzt ja, wie soll ich sagen, gerade daraus etwas automatisch entstanden ist. Aber hast du so Begegnungen, wo du sagst, hey, die sind mir im Kopf geblieben? Es ist ziemlich, bei jeder Schnupperlehre merkt man so einen Fortschritt in den 1, 2, 3 Tagen und das ist, von dem lebe ich auch. Wo man auf einmal merkt, er versteht das besser, er macht das von sich aus, er schaut in seinen Plan, wie es weitergeht. Also an diesen kleinen Fortschritten, das ist etwas hochmotivierendes. Allein schon, dass der Jugendliche sich entwickelt hat oder etwas gelernt hat, auch wenn er dann 1, 2 Jahre später nicht bei dir die Lehre macht. Ja, ganz genau. Und ich denke eben, für eure Branche ist es auch wichtig, oder? Also jeder, der du zum Schnuppern zu dir nimmst und gut behandelt ist und ein gutes Gefühl gibst, das hilft ja nicht nur euch als Firma, sondern auch allen anderen Firmen, die euch Prüfe ausbilden oder vielleicht eine ähnliche Struktur haben. Ganz genau, ja. Und da gibt es natürlich auch Begegnungen, dass einer auf mich zukommt und sagt, ich habe jene mal geschnuppert, ich bin jetzt auch in dieser Firma, am Arbeiten, immer noch auf dem Beruf. Das ist auch etwas, was sehr glücklich macht und sehr viel Freude gibt. Und genau, es muss nicht bei uns einschenken, und das ist auch unter den ausbildenden Betrieben da bei uns im Kanton, und wir sind dann auch nicht futternidig, sondern wir rufen einander auch an und du, der ist jetzt bei uns und dann freuen wir uns. Also ich kann nie quasi so, wie soll ich sagen, so ein Neid, futternid, was der ist bei dir? Und du hast jetzt den und nein, nein, das ist schön, schön, dass er bei dir ist. Wir sind dann auch nicht futternidig. Das ist schön zu hören. Also auch allgemein für mich sehr inspirierend. Du sagst, die Hingabe, die Flammen willst du spüren, aber die geben ihr auch, die Hingabe gegenüber dem Jugendlichen. Und ich glaube, so kann auch ein perfect match entstehen und das voneinander lernen, was du gesagt hast. Auch eben, dass du als Berufsbild und das kannst mit so viel Erfahrung genauso lernen vom Jugendlichen wie er von dir. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir jetzt auch aus unserem Gespräch bleiben. Wir kommen jetzt schon richtig zum Schluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage und was ist dein Wunsch für die Zukunft auch jetzt ein bisschen losgelöst vom Schnuppern? Ich glaube, wir haben in der Schweiz Fachkräftemangel, wir sehen einen Trend, der richtig in die Hand Die handwerklichen Prüfe haben es nicht immer einfach. Ja, es gibt viele Challenges oder Herausforderungen auch. Was ist so ein bisschen dein Wunsch? Wo siehst du Potenzial? Wo können wir auch noch etwas verändern? Auch als Betrieb? Ich wünsche mir viele Firmen, die sagen, wir wollen unsere eigene Gilden ausbilden, wir wollen unsere eigenen Lernenden übernehmen, wir wollen eine gute Brustbildung haben, wir wollen Jugendliche im Betrieb haben, weil wir auch prosperieren. Die Jugendlichen haben so viel Energie und so gute Ideen und so ein Leben und genau das Leben brauchen wir in unserer Firma. Weil wenn man so, stellen wir uns mal vor, es gibt auch einen mega guten Film, wo kein Kind mehr geboren wird. Wie sieht die Welt aus, wann kein Kind mehr geboren wird? Wie sieht die aus? Und das ist genau in einer Firma auch, wenn das Jugendliche, der jugendliche Geist, der so nicht mehr da ist und man den nicht so reinnimmt, dann ich habe das Gefühl, dann stirbt man als Firma. Ich glaube, das muss ich so stehen lassen, Raymond. Danke vielmals für das inspirierende Schlusswort und danke vielmals auch für das offene Gespräch. Danke dir vielmals und euch. Und zum Schluss auch nochmal den Hinweis, abonniert den Podcast, egal ob den Wert der Berufsbildung oder das Thema Lehrvertragsauflösung oder auch hilfliche Tipps zum perfekten Bewerbungsprozess, alles findet ihr bei Inside Berufsbildung und für Feedback oder auch Themenideen könnt ihr jederzeit gerne direkt an mich mark.putscher.diusti.ch In dieser Form vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung. Zuhören bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020